Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 10, Verlängerung, Gestattung Außengastronomie auf Parkflächen. Antrag Bündnis 90, die Grünen, Ortschaftsratfraktion vom 28.06.2021. Herr Köster. Ja, wir haben ja in Absprache mit dem Stadtamt Durlach auf eine Vorlage von einem Fachdezernat verzichtet, weil wir den Antrag in dem Sinne gedacht hatten, dass wir ein politisches Signal an den Gemeinderat senden, der jetzt wohl auch Ende Juli tagt und dort geht es um eine Verlängerung der großzügigen Handhabung von Außengastronomie, Gestattungen auch auf Parkflächen beispielsweise. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Von unserer Seite aus kann das abgestimmt werden. Wollen wir abstimmen? Herr Dr. Noé. Ja, wir begrüßen das selbstverständlich auch, dass man hier der Gastronomie, häufig Familieninhaber geführt hier in Durlach, damit unbürokratisch unter die Arme greift. Und es ist ja auch ausdrücklich im Antrag formuliert, dass wir von einer geringen Anzahl umgenutzter Parkflächen sprechen. Und das findet selbstverständlich auch unsere Zustimmung. Vielen Dank, Herr Wenzel. Dann will ich den Reigen noch fortsetzen. Selbstverständlich unterstützen wir diesen Antrag und wir halten ihn natürlich sinnvoll in dieser Ausnahmesituation. Und es soll auch ein Zeichen sein, dass wir Durlacher Ortschaftsrat unsere Gastronomie unterstützen. Vielen Dank. Und wenn jetzt alle die Hand heben und Ja sagen, ach, Herr Müller, Entschuldigung. Ja, danke, Frau Ortsversteherin. Dem ist in Bezug auf meinen Vorrednern seitens der CDU-Fraktion nichts hinzuzufügen. Das wollte ich bloß gesagt haben, mehr nicht. Vielen Dank, aber wenn jetzt alle die Hand heben, dann sieht es jeder, dass wir alle die Gastronomie unterstützen. Mit Beschlussfassungen, aber auch, wenn wir zur Tat schreiten. So, wer ist für diesen Beschlussantrag? Deutlicher kann es nicht sein, ist einstimmig das Haus. Der Durlacher Ortschaftsrat spricht sich für die örtliche Gastronomie aus. Vielen Dank. Vielen Dank.